man könnte auch natürlich was anderes ausprobieren ob das geht das ist halt das problem zwar dadurch dass er wasser drunter ist dass es trotzdem funktioniert so wie wir uns das vorstellen aber ich weiß halt nicht das geht das ist halt der Ah, jetzt wird schon wieder Tag. Wie weit bist du? Ja, ich brauche nur ein bisschen. So. Ah, schaut das geil aus. Schau mal. Warte. Ich habe sogar noch eine angefangene Schaufel im Winter. Geil. Oh, da knallt ein Fenomen her. Da ist er down. Da ist er untergefallen. Oh. I need to do midlife. Oh ja, das ist noch mit der Huntfighter. Ich glaube, so viel Erde, wie wir bis jetzt schon verbaut haben, wurde, glaube ich, bis jetzt noch kein Let's Play verwendet. Oder verbaut. So, hier haben wir fast alles an Erdeweg. So, hier, die Bewerbungen. So, hier, die Bewerbungen. So, hier, die Bewerbungen. Schaut's denn aus, nu? Wie findest du das? Kommt mal her, oder bist du noch auf der Insel? Ja, warte, ich komm mal rüber. Das ist jetzt mein Vorschlag, dass es so meins aussieht. Ah, schau mal, ist schon gut vorangekommen hier, ne? Ich muss essen. Ah, du hast glaube ich 1 oder 2 Ebenen höher gemacht als mein Dach. Komm mal her, ich will. Ja, ich komm schon. Ich muss mal essen mit rein. Ja, kann man nehmen. Geh mal mit hoch. Das ist aber hier unten ein paar Fackeln rein, ne? Hier vor der Tür. Mhm. Cool. Klein, aber fein. Ne? So ein großes Ding brauchen wir nicht so wie du. So, kommst du denn mit hinterher? Hilfst du mit jetzt? Oder? Ja, ich muss halt nur noch mal. Ich hab halt die Kisten jetzt mal hier her verbrachte, ne? Was hast du? Die Kisten. Erstmal hier rüber. Ich tu jetzt mal die Schiefen raus. Kannst du im Prinzip her bis auf Holz und da wegen Stein kannst du dein Inventar komplett leer machen. Kannst du das Holz auch mitnehmen? Kannst du das Holz auch mitnehmen, ne? Ja. Na ja, brauchst du ja für Sticks. Die Werkbank auch? Eine Werkbank haben wir hinten im Haus. Dann müssen wir ja eh da drüben fahren. Weil das ist so weit weg hier. Da siehst du es ja nicht mal mehr. Und hier siehst du es wenigstens. Weißt du es? Eine Kiste? Ja, eine Kiste kannst du ja mitbringen. Eine. Eine kleine lang. Eine Tür? Glas? Na. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Wir müssen erstmal nur die Fläche fertig kriegen. Okay, alles. Schön, wenn man einen Mückenstich am Kinn hat. Am Kinn wollen wir nicht sagen, aber am Hals. So, hier kannst du mal in die Kiste schauen. Schau mal. Hast du Erde schon mit oder noch nicht? Noch nicht. Alles Holz. Ah. Perfekt. Das ist alles, was ich da drüben in der End. Also ich hole jetzt Erde mal, ne? Ja. Weil Erde brauche ich auch noch. Mach ich mich mal auf den Weg. Dann kann ich ja gleich die Treppe schon anbauen. Wie ich es mir gedacht habe. Was ich da drüben? Was ist das? Oh. Alter, knappen Stack Treppenstufen habe ich jetzt gebraucht. Acht Stufen sind noch übrig von dem Stack. Das ist doch der Stack, wo ich den gemacht habe, oder? Ja, ja. Der kappelt ein. Der Kappelt ein. Ich stelle da. ok Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und da wir eh glas on mass brauchen dann haben wir uns gleich mal zwei öfen hintergeholt kohle oder hole ich gerade gleich direkt vor ort dann brennen weil glas werden wir einiges brauchen so viel dann habe ich gleich noch eine doppelkiste mitgebracht ich habe sticks habe ich noch im inventar jetzt in die große kiste rechts neben den öfen reingelegt okay ich mir gerade so aufgefallen ich werde mal schauen dass ich noch die äh nichts vermeintes die schoffen die moeken irgendwie können wir nur braunen kuchen ach äh äh braunen schade alter ist mir komplett zugeschissen hier mit eier schon wieder 13 also wie gesagt wenn du willst kannst du jetzt die nacht durchfahren ne ja ich muss jetzt eh zu dir weil ich hab nix mehr okay schmöre ich war jetzt mal spezial bau ich fang jetzt nämlich nebenbei schon mit die glaswände an weiß ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich also ich habe mich noch vor uns wasser und dann quer rüber ey das passt hier ideal rein in die Ecke ne pass auf da oben hängt ein äh zomi links von hier da kommt hier hinterher Boah lecker, lecker.